Und die waren total heiß drauf, das zu machen. Endlich mal was, was man auch daheim selber machen kann. Und ich habe mir auch schon andere Dinge überlegt, wo man noch weitergehen kann, um einfach ein bisschen von dem Digitalen auch mit nach Hause zu nehmen. Mein Lernformat ist eine kombinierte Vorlesung und Übung zum Thema instrumentelle Messanalytik. In der Vorlesung erfahren die Studierende über Messwerterfassung. Was ist ein Messwert? Was ist eine indirekte Messwerterfassung? Was ist eine direkte Messwerterfassung? Mit dem Ziel, dass sie dann am Ende des Semesters dies auch praktisch selber durchführen kann. Diesmal ist es anders, dadurch, dass es ein digitales Format sein soll mit dem Anspruch, dass man das quasi auch daheim am Küchentisch durchführen kann. Und da bin ich dann auf so ein Fotometer gekommen. Und bei diesem Fotometer können die Studierenden Konzentrationen von Flüssigkeiten wie den Kaffee, den man morgens früh zum Frühstück trinkt, bestimmen. Und das ist auch so dieser spannende Aspekt da dran. Ich habe etwas aus meinem Umfeld. Und wenn es immer heißt, Mensch, ist dein Kaffee stark? Dann kann ich sagen, ja, Moment, wir messen mal kurz. Und wie sieht sowas aus? Ich habe das hier mal mitgebracht. Wir haben also hier unseren Mikrocontroller mit der dazugehörigen LED, dann mit unserem Fotowiderstand und der Küvette und auch mit dem Kondensator. Und jetzt füllen wir die Küvette mit dem Kaffee auf. Und wenn die LED angeht, wie jetzt, dann beginnt die Messung. Die LED strahlt hindurch auf den Fotowiderstand und lädt dabei den Kondensator auf. Und in Abhängigkeit von der Konzentration, wie die sich verändert, dauert es halt mal langsamer oder kürzer, je nachdem, wie ich das einstelle. Und daraus kann ich dann wunderbar eine Eichkurve erstellen. Sie haben auch eine Videoanleitung bekommen, wie baut man das alles zusammen. Und wir haben dann auch online, habe ich das zusammengesteckt und auch erklärt. Also Sie hatten dann erstmal die Möglichkeit, selber anhand der gesamten Videoanleitungen und der schriftlichen Anleitungen das durchzuprobieren. Und dann gab es Online-Fragestunden und es haben alle, die haben dann am Ende, das ist dann der Punkt von der Übung, dann ihre ganzen Daten hochgeladen und da haben auch alle bestanden. Die Prüfung, die war dahingehend, dass Sie einen Upload gemacht haben auf StudOn, wo Sie Ihre Messergebnisse dann dargestellt haben, die Eichkurve mit dem dazugehörigen Messwert. Und da konnte dann auch direkt gleich in StudOn ein Feedback gegeben werden, bestanden, nicht bestanden. Und das ist ein Punkt, der für die Studierenden auch sehr wichtig ist, dass sie bei solchen Sachen dann auch ein schnelles Feedback erwarten. Was ich total spannend fand und echt spitze, die Studierenden haben sich richtig Mühe gemacht. Also der Teil hat mit dem Kaffee angefangen und dann gab es welche, die haben dann eine Schokoladenmilch genommen oder einen Blaubeersaft. Manche haben dann einen Gin probiert, der, wenn ich Wasser reintue, sich verändere. Und also da gab es die tollsten Rückmeldungen und das Feedback, was ich da bekommen habe, war durchweg positiv. Ich habe eine Rückmeldung in der Evaluation bekommen, bitte, auch wenn wir präsent sind, weiterhin das daheim durchführen zu lassen. Denn der Grund war, ich kann mich dann in meiner Umgebung viel besser damit und in meinem Tempo auch viel besser damit befassen, wenn Präsenz wieder möglich wäre. Ich würde es in Präsenz anbieten, aber dadurch, dass ich jetzt einen Bausatz letztendlich für jeden Studierenden habe, den Studierenden freistellen, ob sie an dem Tag vorbeikommen, sich den Bausatz abholen, das daheim machen oder aber das vor Ort machen. Also ich würde es immer wieder machen, weil ich denke allein, so dieses, was die daraus gelernt haben und jetzt kamen auch Anfragen, Mensch, mir hat das so viel Spaß gemacht, ich würde gerne die Bachelorarbeit bei Ihnen schreiben. Dann hat sich das, denke ich mal, auf der ganzen Linie gelohnt. Dann hat sich das, denke ich mal, auf der ganzen Linie gelohnt.